Es geht. So, Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Misscreated. Wir testen schnell mal etwas. So, einmal... Geh wie Gustav. Und was soll ich machen? Da geht's, warte. Da geht nicht. A small flashing witch brauchst du. Hab ich doch. Crafting war es dann, ne? Ah, ich muss, ich muss... Waste vom water. Hä? Wo bist du denn jetzt hingerannt? Ach so, in die Brecke. Ja, jetzt links, ja. Ach, achte mal, Gott ist bei Tanja drauf. Ja, sie ist bei Wings, pinkes Case. Dieser doppel, doppel Ort. Ducktape fehlt, Sammy. Einmal Ducktape. Ich hab doch Ducktape. Aber ich muss meine Flashlight raustun. Und zwar ins Inventar. Ich hab sowieso Hunger. Warte mal. Achte, ich tue es raus. Und jetzt... Kommt jemand? Das bin ich nur. Es kräftet nicht. Die Waffe, die Waffe musst du auch rüber tun. Ach so, ja. Richtig. Kann ich aus der Hand das machen? Welche? Pistole, Gewehr? Was soll ich machen? Gewehr kriegst du nicht rein. Das ist eine Pistole. Ach so, Pistole nur. Ah, okay. Seil behalten? Nee, brauchst du nicht. Hast du noch Platz für die Bandagen? Bisschen Platz hab ich. Fünfer-Bandage? A Bandage? Hier hab ich die Cola getrunken. So weg. Okay. Jetzt hier, aber craften jetzt. Ich will es jetzt sehen. Es geht immer noch nicht. A Small Flashling, which can be taped to your weapon. Small? Hast du Small Megalight? Was ist denn Small Megalight? Small Megalight. Small Megalight. Ach, ich hab ne Flashlight. Hast du ne Small? Small Megalight hab ich dabei, ja. Dann gib her, dann kriegst du meine. Hier. Hopp. Hier ist meine. Ja, ich. Bisschen. Nimmst du sie? Ja, warte. Ich geb dir einen geilen Weiler raus hier. Bitteschön. Okay, jetzt aber los jetzt hier. Hopp ist sie hier. Ach, du hast die ganz billige, die Flashlight. Achso. Es geht. Es geht, Digger. Es geht. Es geht. Also ich muss die Starke haben, ja? Naja. Okay. Nice. Danke. Warum hab ich da nicht? Was ist? Weiter geradeaus. Also das Wasser muss von dir auf der linken Seite sein. Und nicht rechts. Wasser. Nee. Ähm, Sammy, du weißt, du weißt, dass, dass... Dass, wie werden wir jetzt hier rechts rumlaufen, ne? Dass nach, nach, nach Hülschmo kommen, ne? Also, Tanja, aufpassen. Du bist falsch gelaufen. Alles wird zurückrennen. In die Gegenrichtung muss sie kommen. Eigentlich kannst du mit Markus reden. Ich frag mich, warum ich mit mir... Markus, wacke, pass auf jetzt. Komm, ich pass auf jetzt. Nicht nur die Waffe, Digger. Ja, achte aber nur drauf, ne? Nicht, dass du vielleicht tot bist, weil... Ich muss jetzt woanders hin tun. Wo muss ich jetzt hin? Ähm, du musst... Du musst rechts, also du musst das Wasser auf der linken Seite ran, Tanja. Nach Blütschmo. Ach, Blütschmo musst du, ja. Hä? Ne, mit dem Säger kein Wasser. Ich halte dich mit der Waffe hin. Okay. Ich hab keine Waffe hin. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin doof. Aber über die Brücke darf ich nicht mehr drin. Über die Brücke nicht mehr, ne, ne. Markus, kann mir jemand sagen, wie ich das bedienen soll? Ja, einfach machen. Es geht nicht. Es ist nicht drauf. Doch, siehst du unten dran. Ich sieh's doch. Wie mach ich das denn? Was? Hey, mit L. Geht nicht. Digga, es geht nicht. Dann guck doch kurz beim Dings rein, hier. In der Tastaturbelegung. Da haben sie was Neues draufgelegt. Klar, ich hab's doch dran. Siehst du sie? Oder ist sie gar nicht dran, da unten? Ich glaube, er hat sie dran. Ja, er hat sie dran vorne, ja. Ist dran. Okay, wie mach ich's jetzt dran? Er guckt doch mal die Tastaturbelegung. Da hab ich so viel Zeit. Oder Mausrad zu drücken. Das versuch ich ja schon. Das war ja früher schon so. Oder was geht noch? Licht? Verdammt, ich muss gucken. Halt mal Stellung. Du, Notman, Tanja. Kontroll. Ja, sie muss immer weiter laufen. Wo seh ich die Tastatur, Markus? Verdammt, wo sieht man das? Kontroll? Ah, da. Nein, ich bin so gut ausgestattet. Ich hab echt an, dass ich da jemanden fielte. Äh, kommst du grad angedaufen, Tanja? Nein. Stehst du? Tammy, Tammy, Spieler. Spieler. Wo? Am Schild drüben. Am Schild drüben. Schießen. Am Schild. Also, Tanja, äh, stehst du grad, Tanja? Ja, ich steh. Jetzt lauf ich wieder. Okay, das ist, das ist nicht. Das ist nicht, Tanja? Nein. Ich hab gebraten. Nein, das ist nicht, Tanja. Ich seh, am Baum steht da, oder was? Ja, ja, nehmt ein Schild am Baum, es läuft auch. Er hat die Lichter angemacht. Okay. Ich hoffe, dass es ihn wirklich nicht, Tanja. Nein, ich hab gar kein Licht angemacht. Du siehst noch keine Häuser, nix, ne? Nein. Okay, jetzt ist er nicht. Markus, wenn wir so weit weg gehen, kommt nämlich nicht vorbei. Ja, da ist es zwischen den Bäumen irgendwo. Ja, ja. Wenn dann erschieße ich den Typen. Da ist er in den Bäumen. Aber gut, ich kann es nur ein bisschen näher kommen, weil ich kann nicht so weit schießen. Nein, nein, kein Thema. Achtung. Ganz ruhig. Schieß? Noch nicht? Okay, jetzt ist er drin, jetzt kannst du natürlich nicht mehr schießen. Nein. Okay, ganz ruhig. Ich versuche das Haus innen, äh, hinten, nicht, dass er andersrum rauskommt. Könnte nichts machen. Sieht nicht aus, als er hat eine Waffe, ne? Ja, er kommt, er leuchtet. Scheiße, es wird dunkel. Achtung, auf die Straße ist der Weg drüben. Ich muss ein bisschen rechts hinter dem Haus gucken. Ja, ja, okay. Hinter dem Haus ist sowieso nichts. Ja, es gibt noch andere Spiele. Oh, also, mein Herzschüler. Tanja, komm nicht zu nah, wenn du es sagen willst, dann. Siehst du es, Markus? Noch nichts. Kann sein, dass er gleich hier reingeht, hier, in die Dings, hier, in die Garage. Ich weiß es nicht. Ich muss nur ganz kurz sitzen. Ja, ich auch. Wir haben ja gerade das Problem. Ja. Er kommt raus, ne? Er leuchtet noch. Hast du genug? Ich habe nur ein ganz kleines Stück zum Schießen, Markus. Also, wir mussten ihn gleich richtig erwischen. Ja. Er fährt wieder raus. Ich glaube, es läuft da wieder. Er kommt zur Garage, kommt, ist fertig. Er kommt zur Garage. Er kommt zur Garage. Lass ihn rein. Lass ihn rein. Ich weiß nicht, wo ich ihn schießen soll, jetzt mit dem Licht. Wenn du ihn siehst... Hast du ihn geschossen? Ja. Der ist rot. Nee. Er hat Licht ausgemacht. Er hat Licht ausgemacht, Sammy. Das war's natürlich scheiße, ne? Achte genau drauf, Sammy. Achte genau drauf. Er schießt. Er schießt. Scheiße, ich bin tot, Sammy. Ich bin tot. Er auch. Ihr auch? Alter, der konnte super schießen, du. Hab ich voll erwischt, du. Also, auch so, ich. Ich mach Müll-Spawn. Ich bin leider da. Ich mach mir noch mal ne Brücke nicht darüber. Äh, voll in ne Brücke? Ja. Ähm. Nicht, dass ich wüsste. Nee, nee, nee. Nicht über die Brücke. Wo ist deine Leiche? Im Büsch, irgendwo. Am Büsch. Oh ja, hier. Achte, gut. Das ist ja wieder drauf. Achte drauf. Ich versuch's. Also, nichts wegnehmen. Ich wute immer noch. Ich hätt' ihn gern richtig gekillt. Ich dachte, du hast ihn nicht, Mensch. Verdammt. Aber jetzt ist er tot, ne? Ja, ja. Dann kommt nicht mehr raus. Scheiße, doch. Ah, das war übel, ey. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, Alter. Ich glaub, das ist ja normalerweise nicht zu weit entfernt. Hm. Soviel Zeug gehabt. Alles weg, alles weg. Ich bin da. Du musst nur kommen. Ja, ich bin schon ein Stück weg. Du liegst zum Glück hier irgendwo im Busch. Ich guck mal schnell, was er hat. Hm. Ich seh leider nichts mehr. Warte, bis sie da sind. Ich kann die Flashlight nicht mehr. Ah, du hast eine drinnen, ne? Ja. Das ist nicht in Ordnung, Kim. Scheiße, wo hat er ein Fläschleiter da? Allerdings, ich ziehe doch ein ganzes Geopolding. Ja, er ist tot. Das war übel. Also, hör mal auf in den Scheiß. Boah, hat er mich hier verschrocken. Ja? Okay, hat nicht viel dabei gehabt. Hat nur eine Historie gehabt, aber das ist gut, ey, der Typ. Der geht nach Bridgemore gegen den, muss ich über die Brücke. Ja, der geht, der geht in Richtung Bridgemore über die Brücke drüber. Da kommt ein neuer Spieler. Da kommt ein neuer Spieler, scheiße. Ah, das wird ein Typ sein. Oder ein Kollege von ihm. Mit Taschenlampe. Keiner Taschenlampe von euch. Nein, 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 nein. Weit, weit weg. Scheiße, er kommt gleich wieder in die Tank, in die... Ich muss dich beschützen, Markus. Mhm. Ja, mach das. Er kommt jetzt aber auch gleich da rein. Das ist doch das Mindeste, was du mit dem Tun zu tun hast. Jungen, du fühlst mich. Ah, wie war'n, wie war'n das nicht echt dabei gewesen, weißt du, was? Durch das Scheiß suchen jetzt, tut mir leid. Da ist hier voll einer abgegangen, nur weil du da mit DuckTap das Ding drauf machen kannst. Das nächste ist im Haus, für die Sterne und die Leute. Das ist ja auf jeden Fall nicht er, weil er war anders, er ist auch wieder in das Haus mit der Taschenlampe. Alle liegen nach. Hab' ich nicht einen Monat auf Cocktail? Was ist denn jetzt schon wieder? Hab' ich, glaub' ich, einer gehabt? Ich bin bei dem einzelnen Haus, Sammy, draußen, in der Wildnis. Ja, gib' mal, ja, gib' mal ein bisschen Gas, ich weiß nicht, wie lange er, glaube ich, ist hier. Ich weiß nicht, ich überhole gleich Tanja wieder. Bin hier, da wäre Bridgemore. Äh, Bridgemore. Äh, Bridgemore, hier, äh, Printcase. Ich würd' mich am liebsten ausloggen. Bitte in Bridgemore. Okay, wenn du im Bildschau bist, Richtung, Richtung, Richtung Printcase laufen. Keine Ahnung, wo das denn ist. Mmmh. Ich hab' jetzt einfach geradeaus weitergedaucht. Aber noch nicht im Ort, ne? Doch, noch im Ort. Okay, jetzt hast du das Wasser rechts von dir, ne? Keine Ahnung. Okay. Ich bin hier im Ort drin. Ja, pass' kurz auf die, auf, Tanja. Äh, ich? Ja, kommt raus. Lass meine Sache in Ruhe, Alter, so viel Munition. Es wird wieder kackt, Dunkel. Oh, hier Munition, Alter. Ich konnte nicht mal mehr laufen so schnell, so gut war der Typ, ey. Ja, kommt raus, wenn er dich jetzt zieht. Aber er ist erstmal mit dem anderen gleich beschäftigt. Da kommt nochmal einer. Die bekriegen sich jetzt gleich. Scheiße. Er läuft weiter, er läuft weg. Denn da, wo die Busse sind, wo ein Bus ist. Er ist weg. Da, wo ein Bus ist, okay. Ich bin aus dem Ort rausgegangen, weil es nicht einfach zu unsicher ist. Mhm. Warte, komm, ist der Neue schneller, der, wo wir erschossen haben, oder du? Ich renne, ich renne über alles drüber. Ich bin ja nur am Rennen hier. Ich renne doch schon. Er ist für erster, er oder ich, er oder ich. Also der andere ist wieder weggegangen, der ist nicht in unsere Richtung, nicht zur Garage gegangen, komischerweise. Okay. Er muss auch einen Schock fürs Leben gekriegt, aber weißt du das? Ja. Er ist low, du mit einmal von allen Seiten. Jetzt auch sofort. Ich hätte zu dir sagen sollen, schieß. Ich kann das an der Anrufe nicht zuordnen, dass die mich nicht hören, wenn ich rede. Weißt du, äh, wenn ich rede. Ach so. Ich hätte gerne gesagt, Schuss, aber da habe ich Angst, dass er mich hört, aber der kann ja nicht sein. Also übrigens, ich habe nichts gesehen, weil es dunkel war. Ja, bei mir auch gerade finster. Ich habe nur seinen Kopf kurz gesehen, wo wieder die Taschenabbe aufgeleuchtet ist, weißt du? Mhm. Und da habe ich geballert, aber er hat ja einen Helm aufgehabt, das darfst du nicht vergessen. Der schützt ganz schön, du. Und dann muss er ganz genau, wo er hinballert, ne? Pass auf, ich bin gleich in dem Printcase. Okay, das ist, ach so, das ist ja erstmal da, wo Tanja ist. Bei der Tankstelle bin ich jetzt gleich. Was hast du? Du hast ja Waffen. Ach so, du bist ja auch geheilt. Alter, wie lange soll ich hier noch die Stellung halten? Ich weiß es nicht, halt sie noch, Sammy, halt sie noch. Ich weiß nicht, wie wird die Taschenabbe aktiviert? Ich weiß es nicht. Ja, shit, egal, halt erstmal die Stellung, Sammy. Alter, ich bin am Rennen hier. Ich brauche ein Auto, wäre schneller. Ja, das ist spannend, das ist richtig spannend. Gleich am Anfang, hopp, rein und gleich erschossen. Ja, danke mir. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Bursch. Ich hatte auch ziemlich wenige, 28 Leben nur noch, ey. Der hat uns böse getroffen, du. Mhm. War ein guter Schützer. Ja, und das nehmen wir zur Pistole. Also er hat so diese, diese Dings gehabt, diese Maschinenpistole, wo mit einem roten Punkt. Hättest du normalerweise sehen müssen. Komischerweise habe ich es nicht gesehen. Ich habe sie aufgesammelt, die habe ich jetzt nicht dabei. Aber bitte kommt jetzt langsam, ja? Ach, sein Auto. Du bist doch schon da. Nee, was ist das hier? Ach da. Oh je, oh je, oh je, wo ist sie denn jetzt, Markus? Wo ist sie denn? Das Meer ist, da bist du zu weit weg. Ja, das Meer ist, da bist du zu weit weg. Nee, das Meer ist ja gerade bei uns hier. In der Nähe. Ich weiß nicht, wo sie ist, Markus. Lass mich, lass mich erst mal zur, zur, zu meiner Leiche kommen, ne? Ja, okay. Guck, dass du dich irgendwo, ja, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, sie ist in dem einen, in dem einen Ort, da, wo die Fabriken und hinten die Container sind, da auf der großen, flachen Wiese. Da, wo wir uns mal versteckt haben und trotzdem noch Leute gekommen sind, weißt du noch, Markus? Okay. Wo wir uns gesehen haben in den Busch da drin, wo wir uns mal gestanden haben, wo die ja mit uns geredet haben. Wo wir uns nichts getan haben, die Leute, weißt du noch? Hä? Da hinten irgendwo, da ist sie, in den Fabrikgebäuden, da hinten, in der Stadt. Die richtige Stadt, da, wo der Flugzeug ist, da, wo der Flugzeugabsturz mitten in der Stadt ist. Oh. Digga, bitte beeilt euch. Ich renne, Sammy, ich renne über die ganzen Felder. Ich glaube, jetzt vom, vom, vom Berg aus komme ich gleich runter zu dir. Es geht um dein Leben. Das ist nicht, Markus. Nee, nee. Na, Zombies gehen immer noch, die sind gut. Ich bin gleich da. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie gleich kommen, dass der Typ das gleiche ist wie du. Ich komme jetzt links von dir vom Berg runter. Okay. Dann lauf direkt zu der Garage hin. Aber sag, wenn du fast da bist, nicht, dass ich losballere. Mein Finger, der juckt ohne Ende. Zur Garage? Ich bin nicht bei der Garage gestorben. Doch, du bist bei der Garage gestorben. An dem Busch vorne dran. Achso. Liegt ziemlich offen da. Also hätte er hier reingeguckt? Zur Garage hätte er dich gesehen. Leuchtest du in der Garage? Nein. Nein. Das Licht in der Garage. Das kann nicht sein. Verdammt, alles dunkel. Du kommst. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Ich bin aber hier gestorben. Nein, nein, den Weg. Komm her. Da bist du. Ja, bist du, ja. Ich sehe es doch nicht hier in den Busch. Da bist du doch. Hier vorne. Da liegt es doch. Hier vorne. Hier vorne. Wo ich bin. Hier vorne liegst du. Hier. Hier. Das wird ein rechtes Weg. Hier. Ja, ja, ja. Los, hol doch raus. Hol raus, Digga. Hol raus. Oh, hör auf. Oh. So, seid ihr alle wach. Weil sie eine schwache Blase doch bei dem Spiel nicht haben. Get Opening. Ey, guck weg, Sammy, guck weg. Ja, ich guck, guck, ich guck, ich guck. Hol ihn raus. Hol ihn trotzdem raus. Ich bin am Meer. Du bist am Meer. So, um die Lichter da vorne zu stehen. Am Meer ist hinter uns, Max. Das Meer ist hinter uns. Ja, achte kurz drauf, Sammy. Achte kurz drauf. Ja, ich weiß nicht, ob er sich in allem... Meine Waffe, alles ist weg. Nein, das kann nicht sein. Ich habe nichts genommen. Ich habe nur die Taschelampe geraubt von dir. Und die große Waffe ist weg? Ich habe nichts genommen, ich schwöre es. Er auch nicht, er kann gar nicht dazu. Er ist in der Garage gestorben. Ich kann gerne mal in der Garage-Kurse reingucken. Nein, ich muss hier ganz konsulierend machen, ja. Oh, ich gewinne. Weil dann muss ich dann die Waffe liegen. Achso. Ach, die hat es ja in der Hand. Hm, das ist das Gewehr, nämlich. Gisst du hier was liegen? Ja, such selber. Zwei dumme wären echt übel hier. Nee. Hier ist nix. Ach so ist das. Okay, dann gebe ich doch schnell eine neue Waffe, Markus. Das ist hier 203, glaube ich, gewesen, oder? Ich gebe dir eine andere Waffe. Hier, warte auf. 223er ist das gewesen. Hier, hier, hier. Da liegt sie. Hast du sie? Hab ich, hab ich. Okay, das ist das Einzige, was ich erstmal... Du kannst mal kurz zu ihm reingehen in die Garage, schnell. Geben wir über Gas. Der hat mir auch noch, glaube ich, was dazu. Immer schön gucken. Ja. Also, ich habe Munition dafür, die Waffe hier. Für deine? Ja, für die, für die, für die, für die Links hier. Für die 223er. Ja. Der hat doch ein gelbes, ein, ein groß, langes T-Shirt an, ne? Solltest du euch noch mitnehmen? Hab ich doch alles an hier. Er hat doch alles an, ich seh's doch, wenn ich reingehe. Ja, ich, ich seh's wirklich nicht hier. Äh, scheiße, ey. Hey, ich guck schon rein hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich so früh nach der Waffe gesucht. Aber es war schon noch... Ich weiß nicht, warum ich dich bei euch freuen war. Das ist mir letztens noch ausgeflogen. Das, äh, sehr hoch im Julien-Trenner war. Mhm. Da sind wir eigentlich draußen gestanden. Hast du noch was Wichtiges? Ne, außer ne, 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 ne H.K. Waffe? HK45, ja. Okay, gut. Okay. Lass es abdampfen, bevor der wiederkommt. Der wird sich rächen wollen, auf jeden Fall. Also, sie kommt vom Meer aus gelaufen. Jetzt weiß ich noch nicht, müssen wir rechts rum oder links rum am Meer. Ah, ich bin weg. Was bist du? Ich bin weg hier. Wie bist du weg? Achso, jetzt hier. Ja, weil der gelogen... Nö, der liegt doch noch hier. Hier. So, liegt es da noch rum. So, wie kriege ich jetzt die Waffe zum... Hä? Ach, da lege ich ja. Ah! Nur die Schrotwaffe hat die Dings drin. Na gut, scheißegal. Hier, liegt es doch! Ah, ne, das meine. Ach du, ah, mit G wirfst du alles weg hier. Ne, mit J, ne, mit K. Okay. Ja, wir wirft alles weg. Ja, hier ist auf jeden Fall keine Waffe mehr raus. So, und wie kriege ich jetzt diese Lampe zum Leuchten? Hm. Es geht nur Schrotflinte geht sie. Nur in Schrotflinte geht sie. Nur in Schrotflinte. So, was muss ich machen? Äh, äh, rechts geht es nicht. Ich träume mich nicht, wie mit Dings zu schien, mit links, weil dann schießt du normalerweise, ne? Äh, genau. Also, wir sollten ja auch mal weggehen, Sammy, ne? Ja, mach ich, ja. Okay, ja, hast recht. Also, es ist nur auf der Schrotflinte ist sie dran. An dem Gewehr nicht. Okay, da halten wir rein, ist so. Ja, ich renne in Richtung Hintertür. Ja, richtig. Äh, sagen wir jetzt zu Tanja irgendwie. Tanja war Plütschmoor, ne? Ja. Also, dann kommst du mit, Sammy. Sie geht nur bei der Shotgun, geht sie. Ja. Na, mach mal. So laut, trink, trink, trink. Nein. Ich hab nur noch zu gucken, hier. Ich hab's reinwerfen können. Wo ist das? Ich hab's doch grad hier gesehen. Na, doch nicht. Hä? Okay, hab's auch nicht. Wo bist du, Mann? Da. Nehm, ja. Okay, dann lass mal zu Tanja rüber. Ja, mach mal. Wie aktiviere ich jetzt die Waffe, verdammte Scheiße? Was meinst du, Markus, was ich drücken müsste? Also doch, lass mal gucken, hier. Ja, während der Laufen kannst du mir doch was sagen. Ja, dann müsst ihr auch erst mal gucken, sind wir Tare. Guck mal, da schnell. Von Trollers. Warum denn? Hast du gesehen, wenn der MZ2 ist, was dann passiert? Hm, das ist eine gute Frage, doch. Weiß ich nicht. Ich fühle mich hier ganz ein bisschen unwohl, hier. Zumal ich gerade hier gestorben bin. Also ich lass da immer einen Knall los. Obwohl, ich hab ja schon geschossen mit der, ne? Ja, ich hab ja vorhin mit der Shotgun geschossen auch. Eben. Ja, also ich bin Richtung Haus da hinten, Markus. Das war die Tanja-Treffen. Richtung Haus? Ja, Richtung den, äh, Dings hier. Richtung den Container da hinten, der, wo man reingehen kann. Am See da hinten, weißt du, am Meer. In der weiter der Rennbahn folgst. Ja, ja, ja. Ach, okay, da ist sie. Nein, weiß ich nicht. Sie ist ja am Meer, aber da hinten ist das Meer. Aber da muss ich nur am Meer. Dann müssen wir uns ja nur noch für die Richtung entscheiden, oder nicht? Ja, dann müssen wir nach links rüber. Also links die Rennbahn entlang? Richtig. Deswegen musst du trotzdem da reinlaufen, in das Haus. So. Bist du das da vorne? Ja, das bin ich hier. Ach, erst regt, wo ich hinlaufe und da renne ich schneller. Ja, du hast ja nur ein bisschen Haus direkt hier. Was über Drohnen wenigstens für die Waffe, wo du hast? Äh, nicht allzuviel. Ich hab hier... 60 mal Schuss. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie anmache soll. Hättest du die Spieler hier eben fragen können eigentlich? Oh, was kommt denn hier? Und, haben sie geschrieben? Ja, dann hör auf zu Brummen. Alter Schwede, ey. Trinkflasche, Apfel und verbannt, Markus, hier drinnen. Ja. Handschellen mit Schlüssel, Digga. Handschellen mit Schlüssel. Was haben sie gebracht zum Ding? Ich hab beides. Ich hab beides. Ich kann mit meiner Frau eigentlich wieder... Ich kann sie endlich wieder fesseln. Gage, Apfel. Handschellen mit Schüssel. Handschellen mit Schüssel. Ich hab's an, Markus. Du musst im Inventar anmachen. Guck. Ah. Im Inventar. Und wie mach ich's denn aus? Oh, na das ist aber... Ja, du machst den Waffen weg. Mit Dings- und Tast-Taste. Ja, dann können wir ja nicht schießen. Und mach mal, tatt was wir an. Ach so. Ach so, wieder an. Und level runter. Ach so, okay. Ah, aber er macht's aus, wenn ich die Waffe wechsle. Okay, hat's immer an. Cool. Nice. Alleine rausgefunden. Okay, los. Tanja suchen. Guck jetzt hier. Geile Titteln. Juhuhu. Hast du irgendeine, irgendeine Ansatz, wo du sein kannst. Oh, nur Feld und Wiese. Ja, ich weiß, hier drüben. Sie ist in großem Ort, sie ist in großem Ort, sie ist in großem Ort, sie ist in großem Ort. Aber da ist Licht aus hier. Nichts sieht mehr überall hier. Ja, jetzt hast du was dagegen. Er soll ich's aufmachen. Sie ist in großem Ort, wo hinten dran ist, hinten dran ist das Meer, aber bis von dem großen Ort. Ja, ich weiß nicht. Aber blütschmole ist doch gewesen, oder nicht? Das ist ja schon. Ja, also in Laufung, Richtung Blütschmole, da wisst mir ja Bescheid. Richtig. Okay, wir kommen halt, die hier irgendwie bedeckt. Den hock. Den hock. Den hock, man sieht, wie ich will von weiten. . Kleber immer wieder beim matrices. Wer weit sitzt, sieht aus, als würde einen nackten Kacken. Ein Kacken, nacken. Was? Nacken Kacken.